Ich begrüße euch wieder mal zu Siedler 5, das Erbe der Könige. Wir sind immer noch bei Kerberos gegen Dario oder Dario gegen Kerberos, wie rum man es auch sehen mag. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt diese kleinen Dörfer hier angriffssicher zu machen. Und halt, ja, einfach hier möglichst große, möglichst viele, möglichst effektive Verteidigungsanlagen aufzubauen, damit es nicht so viele Leute gibt, die sich jetzt hier dann durchmogeln können. Das ist einfach so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir das Ganze hier ein bisschen, ja, irgendwie so nach und nach in den Griff bekommen. Und einfach mit vielen Türmen die ganzen Truppen dann einfach wegballern. So, Frage ist auch, wie viele Truppen kommen hier rein? Von daher kommen wahrscheinlich auch noch welche. Das ist natürlich dann auch schon wieder das nächste große Problem. Parallel dürfen wir jetzt mit Elias und Kerberos rumrennen. Ähm, nee, äh, wat? Äh, nee, äh, wat? Wo? Turm, Turm wollte ich schon. Turm wollte ich haben. So, wie bauen wir hier diese Verteidigungskette? Eigentlich müsste ich hier oben die Türme hinbauen, das wäre viel sinnvoller, ne? Nichts hier unten so. Naja. Mal sehen. So, ihr baut hier den nächsten Turm hin, beziehungsweise hier können das eigentlich anders machen. Dann macht jeder einen irgendwie. So, und dann hätten wir hier eigentlich schon mal ganz gut gesichert. Überall das. Ausbau fertig. Okay, Ausbau fertig. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch einen Kollegen. Der kann sich dann auch noch mit bemühen, dass wir, ich weiß jetzt nicht, wo wir hier sind. Fertig, Meister. Aber, aber wir müssen auf jeden Fall hier noch weitere Türme hinpflanzen. Ausbau abgeschlossen. So, du kannst ja auch noch einen weiteren Türme machen. Dann bauen wir weiter aus. Und hier auch. Und hier auch. Jo, dass wir überall halt eine ausreichende Anzahl an Türmen bauen. So, okay. Ausbau voll gemacht. Schön. Ja, ja. Das muss einfach richtig spuren. Muss richtig fix gehen. So, den nehmen wir auch noch mit dazu. Der kann sich dann hier hinten auch drum kümmern, wo ich ja hier eigentlich ein paar Türme noch... Ach, nee, Quatsch, wollte ich ja gar nicht. Nee, wollte ich ja gar nicht. Ich mache ja hier. Genau, ich mache hier die Kette. Dann ist das ja okay. Ja, passt schon. Passt schon. Die werden jetzt hier gleich fertig werden. Früher oder später. Und sobald das alles geschafft ist, ähm... Ja, ich glaube, hier mittlerweile die Verteidigungskette sollte eigentlich schon reichen. Eine Baunausdachform, dann passt das schon nicht. Dann geh du mal lieber schon mal hier rüber. Ich baue hier schon mal das erste Türmchen hin. Dass wir hier die nächsten dann haben. So, da ist noch ein Fertiger. Ein Leib eigentlich, der nichts mehr zu tun hat. Hier wir auch noch einen. Ja, hier werden wir noch ein paar Türmchen brauchen. Und hier ebenso. Da können wir noch... Die können hier alle noch ein bisschen was vertragen. Diese Kette hier. So, die müssen halt hier, wenn die hier hochlaufen, tack, 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 alle direkt wieder geprüft werden. Ja, und hier ist schon so ein bisschen die Frage, was wir hier mit den ganzen Türmen machen. Die kam ja hier auch aus mehreren Richtungen wieder, ne? Da ist auch die Frage, wie ich das am besten hier dann verteidige. Die kamen von hier sogar, ne? Die sind sogar direkt hier gespawnt. Kann das sein? Ich glaube. Ich glaube, sie sind direkt hier hinter der Kirche gespawnt. Das heißt, da müsste ich eigentlich auch noch ein paar Türmen setzen. Kann ich denn noch ein bisschen mehr Stein uns holen? Wir haben ja eigentlich ganz gut Stein, ne? Das ist ja eigentlich schon ein ganzes Ding, was wir da haben. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das Gebäude ist ausgebaut. Wobei, man weiß ja nie, ob das locker reicht oder nicht, aber es sieht so aus, als könnte es reichen. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen, ob das reicht. Ich bin mir ja noch nicht so sicher tatsächlich. Ach, guck mal, hier ist auch noch einer. Ja, dann baut er hier auch noch ein Türmchen mit rein. Und der, genau, der nächste Turm, dann hier auch noch ein bisschen mithelfen. Und hier noch ein bisschen mitmachen. Und hier den nächsten Turm. Und hier auch noch. So. Ja, was machen wir mit den Türmen hier? Ein bisschen zweite Reihe platzieren. Können wir auch noch ein bisschen eine Reihe dahinter, eine Reihe mehr machen. Na, die müssen halt gut stehen. Dann verbauen wir halt ein paar Türme noch, ein paar Häuser noch davor. Damit die halt auch wirklich alle dann gut zum Schießen kommen. Also, die Türme bei unserer Basis, die sehen noch nicht so wahnsinnig. umwerfend aus. Da muss ich noch was tun. Ich meine, hier die Dörfer, denke ich, können wir relativ gut absichern. Ich denke, das kriegen wir hin. Da kann ich auch noch zwei weitere Wohnhäuser daneben setzen. Dann passt das auch schon. Ich werde einfach noch ein paar mehr, die Leute hier, die kommen einfach auch noch alle hier rüber. So. Wir müssen von hier richtig schön verteidigen. Wir müssen einfach alles verteidigen, was hier kommt. Wie ihr wünscht. Na, jetzt haben wir noch 66.000 Steine. Also, es wird weniger, ne? Es wird schon weniger. Ist halt nicht unendlich viel. Ich meine, ich könnte es natürlich auch ganz einfach machen und hier direkt an der Burg die Türme setzen. So. Reicht das schon? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das hier sieht jetzt eigentlich ganz gut aus, ne? Aber das Dorf ist auch gefallen. Das ist das erste Dorf, was gefallen war. Und ich weiß auch noch nicht, von wo hier überall die Truppen dann kommen. Ähm... Puh. 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 Also hier müssen wir auf jeden Fall uns viele Gedanken machen. Okay. Hier können wir auch noch ausbauen, ausbauen, ausbauen. Und hier noch ein paar Türme direkt an unserer Burg setzen. Und dann... Ja, weiß ich nicht. Müsst ihr hier drüben... Kein Problem. So. Ach, guck mal. Du bist auch fertig. So. Dann baut hier doch mal weiter. Ja, das passt jetzt erstmal. Das ist okay. Komm mal hier her. Das Gebäude ist ausgebaut. Ui. Ja, komm. Das ist jetzt eigentlich auch gut. Das ist jetzt auch gut. Passt schon. So. Dann... Ausbauen. Warte mal. Wieso ist da eigentlich ein unfertiger Turm? Was ist da denn passiert? Erstmal alles ausbauen hier. So. Du bist fertig. Dann baust du diesen Turm hier weiter. Und... den auch. Zack. Ähm, dann Wohnhäuser. Zwei Stück davor. Ach, guck mal hier. Der Kollege, genau. Der baut jetzt auch ein Wohnhaus vor. Oder zwei. Ach, ja, genau. Das... Das... Das Gebäude ist nun ausgebaut. Das ist ja gar nicht so unbedingt notwendig. So. Dann haben wir noch ein zweites Wohnhaus vor. Und dann... ...sollten hier die Türme eigentlich soweit in Ordnung sein. Ja. Ja. Geh'n noch weiter. Ja, die können immer noch ordentlich Steine veredeln. Das ist okay. Haben wir noch. Wir haben noch ein bisschen was. Und hier den brauchen wir auch. Und dann setze ich mir hier tatsächlich an die Kathedrale auf. Halt mal hier. Hör. Ja. Ich will nicht überrascht werden. Nicht ein zweites Mal. Einmal reicht. So. Ähm. Ja. Bauen wir noch einen hier hin. Und dann sollte es eigentlich auch reichen. Dann können wir noch ein paar hier so quer bauen, noch hier so rechts rüber, oder hier in den Block nochmal ein bisschen. Dass wir da dann noch ein paar reinsetzen, passt das. Okay, so, die sind alle ausgebaut, okay. Okay. So, die müssen hier alle schön hochgezimmert werden, die Türme. Damit das Dorf hier dann einigermaßen geschützt ist. Ja, darfst du. Darfst du erstmal Feierabend machen. Die Wohnhäuser hier stehen. Fangen erstmal Leute ab. Ich glaube, das ist ein bisschen Overkill, was ich hier produziere. Ich habe aber halt auch echt nicht drauf geachtet, von wo die Leute dann im Endeffekt kommen. Ich habe nur gesehen, sie kommen von überall und ich weiß definitiv, dass welche von hier unten kommen. Es kommen definitiv welche von hier, es kommen definitiv welche hier. Also von daher, ja, werden wir schon, werden schon dort finden. Guck mal hier, die habe ich auch alle noch gar nicht ausgebaut. So, dann kann der Kollege hier ein Mauswärtszimmer bauen. Können wir auch noch ein paar machen. Also sie kommen auf jeden Fall auch hier lang. Das ist auch klar. Ähm, da müssen wir ausbauen. So, dann bauen wir hier noch ein paar Typen, so ein Block hier noch. So, genau. Du baust hier auch noch ein paar hin. So, einfach, damit wir das Ganze hier schön dabei haben. Okay. Zack. Schön dahin und dahin. Ja, ist jetzt relativ langweilig, ne? Aber, äh, zum Ende der Folge werden wir es dann natürlich auflösen. Ich werde einfach so bis Minute 20 oder so bauen. Dann werde ich, äh, Kerberos anquatschen. Also natürlich werde ich den erstmal speichern. Dann werde ich Kerberos anquatschen. Und dann geht es los. So, warte mal, die Truppen, genau, die kommen hier alle rein. Die schützen hier die Burg. Äh, die kann ich dann von A nach B manövrieren. Kann ich dann schauen, wobei die Leute brauchen. Die kommen hier rüber, die Kollegen. Die werden wir hier benötigen. Ähm, dann. Ich hab' geperberos über. Aber wir brauchen hier, wo neust du hier vor? Zwei Stück am besten, ne? Damit da die Agro drauf geht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ähm, ja, machst du auch hier noch ein bisschen mit? Und dann können wir hier die Türme noch ausbauen. So, dann hier noch mehr Türme. Okay, hier fehlen noch ein paar. Ah, das war jetzt nicht so ideal, den Turm da so zu setzen. Okay. So, machen wir hier. Und machen wir den hier. Und machen wir hier noch ein weiteres probieren. Dann machen wir hier noch ein Türmechen. Ähm, und... Ja, ich glaube, dann reicht das hier. Der Abrecht auch hier sind es genug. Und sollt werden gezahlt, es ist genug hier. Das ist schon okay. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Gut. Das wollen wir hören. Ähm, und Bau abgeschlossen. Oh, wollen wir auch hören. Das Gebäude ist ausgebaut. Wir kriegen doch jetzt eine ganze Menge... ... ganze Menge Zeugs rein, ne? Das kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm... ... äh, Lichtung. Lichtung. Und habe Holz gefällt. Genau. Noch ein Wohnhaus? Natürlich. Zwei Wohnhäuser. Ähm, mal gucken. Ausbau abgeschlossen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ich bin fertig hier. Ich bin fertig hier. Ja. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, ja, ja. Da können wir noch einen hinbauen. Hier kann ich jetzt feiern. Ähm, du, Kollege, du gehst dann hier noch mit dazu. Baust hier auch noch mal mit hin. Und dann bauen wir hier auch noch ein weiteres Türmchen hin. Äh, hier so. Okay. Noch ein Turm hier. Ja, hier noch ein Turm. Okay, gut. Achso, bist ja du sogar hier. Okay, ich glaube, hier sind wir jetzt soweit ganz gut aufgestellt. So, die Frage ist, wie gut sind wir hier aufgestellt. Ähm, ich denke, aber wir auch in Ordnung. Ähm, das ist okay. Und hier sind wir jetzt auch. Ja, hier sind wir perfekt. Da können wir hier noch ein Haus hinsetzen. Und hier auch noch ein Haus hinsetzen. Und sind wir, glaube ich, was das angeht, eigentlich ganz gut aufgestellt. So. Das heißt, was machen wir mit dem Kollegen noch? Dann soll der auch noch mal hier einen weiteren Schießplatz mit reinsetzen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Hm. Ähm, hier nochmal Turm. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt mal ab machen. Äh. Also. So, ausbauen. Äh, joa. Ich glaube, das ist jetzt erstmal okay hier. Achso, genau. Die Kollegen hier, die da sollten wir noch ein bisschen was machen, ne? Äh, Quatsch. Ja, ja. Ja, natürlich. Mal hier. Fertig. Ausbau vollbracht. Hm. Fertig. Ausbau fertig. Fertig. Zack. So. So geht's nämlich weiter. Also. Entschuldige, dass das hier alles ein bisschen lange dauert, ne? Aber ich will halt nicht wieder komplett überrannt werden wie eben. Dementsprechend will ich mich auch vorbereiten. Und was wir jetzt noch machen, ist natürlich, jetzt müssen wir hier ein bisschen, äh, noch ein paar Militärgebäude hochziehen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ähm, die, ob die Türme reichen. Hm. Ja, keine Ahnung. Hm. Das Gebäude ist ausgebaut. Ist nun ausgebaut. Okay. Ähm, das heißt, wir bauen auch hier Schießplätze hin. Sicher. Und dann hier noch ein paar, ja, hier brauchen wir noch ein paar, also hier generell in meiner eigenen Siedlung werde ich noch ein paar Türme reinknallen, einfach so, um das hier alles noch ein bisschen zu, äh, zu verbessern. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Gut. Ja, das ist hier. Das Gebäude ist ausgebaut. Ah, nein, wir arbeiten. Meine Güte. Okay, als nächstes, äh, hier auch alles soweit erledigt. Na gut, schicke ich den hier hinten irgendwo hin. Ja, und die bauen jetzt hier auch ein, ähm, ein, ähm, ein Dings hier. So, hier, zack, alle da, und ausbauen, und, äh, mhm, ah, ah, ja, ja, genau, hier. Hier ist Summer. Hier ist Summer. Ähm, und die sind auch immer noch nicht ausgebaut hier. Was ist denn los? So, warten wir mal mit euch jetzt. Keine Ahnung. Ihr geht jetzt erstmal Holz hacken. Und ihr, ja, ich denke, das sind jetzt auch genug Türmchen hier, äh, können wir, oder? Ah, hier noch so eins, ne? Ja. Könnt ihr euch drei nochmal zusammentun, baut nochmal ein Türmchen, und dann sind wir aber ganz okay. Ausbau abgeschlossen. Hm. Hm. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ausbau fertig. Ja, kannst du. Ähm, was machen wir mit euch? Also, also, die Türme stehen doch jetzt hier überall ganz gut, ne? Habe ich irgendwo einen Eingang vergessen? Ich meine, es kann halt natürlich sein, dass die jetzt hier von unten kommen, aber wenn das der Fall ist, dann muss ich das halt hier mit ein paar Truppen verteidigen. Das geht ja nicht anders. Da muss ich dann halt, äh, was reinwerfen. Und das sollte sich ja nun auch noch irgendwie machen lassen, ne? Das war da dann noch schnell irgendwie was, noch ein paar Truppen rauswerfen. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder bei 370 Einheiten bin. Ich hab keine Ahnung, wo die schon wieder alle herkommen. Aber es wird schon irgendwie werden. Warte mal, wo haben wir denn überall noch Leute? Wo habe ich denn? Ari, die habe ich doch mit hier. Ja, guck mal, die steht hier auch mit im Dorf. Ähm, das sollte doch eigentlich hinhauen können. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch einen Tog. Die kommen auch noch mit. Die kommen auch noch mit dahin. Ähm, dann sind hier vielleicht noch irgendwo die genau, die Arbanisten schützen. Die kommen auch noch mit dahin. Und dann sind wir doch eigentlich ganz gut aufgestellt. Guck mal, hier ist auch noch ein Trupp. Ja. Guck mal, da gibt es hier echt noch viele Leute. Hier, Schwertkämpfer auch noch. Jawohl. Ja, komm, wenn ich die alle zusammentrage, die hier überall verstreut sind, dann werde ich ja damit echt eine vernünftige Abwehr hinkriegen. Okay, also. Das steht, Wohnhäuser haben wir gebaut. Ähm, hier ebenso. Was sagt unsere Siedlung? Unsere Siedlung ist natürlich, boah, ist so eine Frage, ob das perfekt ist. Da geht es sicherlich noch mehr. Aber soll jetzt soweit passen. Ich meine, in unserer Siedlung, da muss ich dann halt Truppen nachpumpen, um mich zu verteidigen. So. Das Dorf, okay. Okay. Steht. Steht so halbwegs. Ähm, dann ziehen wir die Truppen hier rüber. Ja, mein Herr, wie ihr wünscht. Vor diese Burg. Damit sie sich dann damit amüsieren können. Okay, guck mal. Dann bauen wir hier einen Turm hin. Ja. Und dann ist gut. Dann würde ich sagen... Hm. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Ähm... Ja, was machen wir mal? Komm. Elias. Kerberos. Macht euch auf den Weg. Wir probieren es jetzt. Ich werde... Ich meine, die 20 Minuten sind jetzt auch um für die Folge. Das heißt, ich werde es jetzt einfach probieren. Und riskieren. So. Noch mal ein bisschen segnen. Komm, Kerberos. Lasst dir nicht ewig Zeit. Wir haben auch noch andere Sachen zu tun. Ähm... Ich werde auch noch mal schnell speichern. Äh... Bl-bl-bl-bl-bl... Ach... Invasions-Sorns. Kerberos. Eins gegen zwei. Äh... Dario gegen Kerberos. Teil zwei. Ja. Alles gut. Okay. So. Kerberos. Siehste, was wir hier aufgebaut haben. Das nennt sich Abwehrbollwerk. Und ich habe immer noch... Immer noch 30.000 Steine über. Also ich kann noch mal was reinpfeffern, wenn ich will. Ich habe aber nicht mehr so viel Holz. Holz ist nicht mehr so viel da. Hm. So gut ich kann. Das ist natürlich ein Problem, ne? So. Macht ihr mal hier ein bisschen Platz. Ja, Herr. Ähm. Das ist natürlich das Problem mit so vielen Ballistertürmen, ne? Wenn die hier alle Holz fressen. Das ist natürlich ungünstig. Ja, ja. Holz fressen. So, Herr Dias. Lauf da hin. Ausbau fertig. Und letzter Ausbau. Ach so. Ja, wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit. So. Kerberos. Ja. Ausbau abgeschlossen. Mit dir wird jetzt gequatscht. Okay. Endlich blablabla. Blablabla. Thron und so weiter. Ich befürchte. Hahaha. Die stürmen. Ah. Ihre Aufgabe. Boom. Ausbau fertig. Ja. Finale. Ja. Man hat die Unterstützer aus ihren Schlupfwinkeln darauf vorgerufen. Sie sammeln sich, um eine letzte Offensive gegen Dario und seine Verbündeten zu starten. Ist das nun wirklich eine letzte oder nicht? Sind wir mal gespannt. Ich atme nochmal tief durch. Wir schauen nochmal an den Siedlungsbau. Haben wir ja alles erledigt, ne? Hauptaufgabe. Mhm. Findet ihr ein bisschen Kabel was ja. Sieh. 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 Ähm. Ja. Moment. Wir haben... Habe ich nicht noch irgendwas übersehen? Kam von hier. Ja. Von hier kam. Aber das ist ja egal. Und hier kommen sie nicht durch. Hier ist ja zu. Ich hoffe, das bleibt zu. Ich hoffe, die machen das nicht auf. Die kommen dann hier rein. Werden zerschossen, hoffentlich. Und hier zerschossen, hoffentlich. Ja, da ist ein Wohnhaus sogar. Ach, guck mal. Da wohnt sogar jemand drin. Ähm. Ja. 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 Hm. Warte. Hier kommt vielleicht was. Also es kamen ja Truppen hier, ne? Das hatten wir ja auch. Warte, wo ist Eric mit seiner Truppe? Genau. Die sind hier. Es kamen ja hier Truppen. Die werden dann wahrscheinlich hier in den Rücken fallen. Hm. 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 Ich bin so ein bisschen am überlegen, ne? Ihr merkt, also ich bin gerade ein bisschen still. Ähm. Ich gehe gerade echt nochmal hier im Kopf die ganzen Verteidigungsanlagen durch. Na gut, ich meine, was soll passieren? Ne? Wir haben jetzt gespeichert. Wir könnten im Notfall einfach nochmal neu laden. Wir hacken gerade auch nochmal ein bisschen Holz, dass wir nochmal neue Türme bauen können. Also, ich frage mich, ob von hier unten nochmal Truppen kommen. Das könnte natürlich sein, dass hier welche spawnen. Sei gesägt. Ich meine, hier unten spawnen auf jeden Fall ja welche. Ne? Das wissen wir. Ähm. Die hier unten, die werden hier angreifen. Die werden dann hier reinlaufen und hoffentlich zerschellen. An diesen Bollwerken. Ähm. Auch hier muss ich notfalls nochmal was nachziehen. Aber ich glaube, das Dorf hier ist echt gut geschützt. Ich glaube, hier werden die Leute schwer haben, reinzukommen. Hier weiß ich nicht, ob das reicht. Ich meine, das ist auch nochmal ein schönes Bollwerk. Hier, das könnte vielleicht tatsächlich ein bisschen wenig sein. Aber ich hoffe ja halt dadurch, dass ich hier die Türme gebaut habe, dass ich dadurch, dass ich das schon ein bisschen abblocke. Bei uns im Dorf ist halt wirklich eine schwierige Sache. Das kann halt so oder so, das kann halt alles sein. Das kann halt alles werden. Äh. Es kann halt sein, dass nicht viel durchkommt, weil hier die Kanonentürme schön verteilt sind und wir hier unten diese Linie haben. Aber ich habe halt auch echt nicht so mega viel da. Und ich weiß auch nicht, wie viel die fünf Kanonentürme hier hinten dann noch regeln. Na, vielleicht sollte ich da nochmal einen hinbauen, ne? Ach komm, ich baue da einfach nochmal einen hin. Was soll's? Komm, nochmal einen mehr. Natürlich. Haben oder nicht haben. Nochmal ein bisschen hochprügeln den einen Turm. So, und Motivation nochmal schön auf 300, damit gleich alle Leute richtig ordentlich kämpfen. Und ich kriege nur 1300 Tate, das ist echt lächerlich. Das ist echt lächerlich, wenn ich Steuern auf Normal stelle, dann kriege ich 190. Ich meine, doch, ich mache noch Plus. Ist ja schon mal was. Ist ja schon mal besser als nix. Es wird richtig dunkel, ne? Ist das eigentlich, weil Cameras jetzt angreift, oder ist das Zufall? Ich schätze mal Zufall, ne? Ähm, der Sommerkehr zurück. Der Sommerkehr zurück. Okay, dann ist es Zufall. Also, ich gehe davon aus, ähm, dass wir das gleich erledigt haben. Oh, warte mal, hier stehen ja auch noch welche. Jawohl. Hey, 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 hey. Nee, 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 geht mal hier hin. Stimmt, ich habe hier noch Leute. Ach, Mensch. Ja, in unserer Stadt ist kein Platz mehr. Ja, ist klar, aber... Wir kümmern uns darum. Die Leute, die muss ich doch nochmal hier... ...mitnehmen. So, es geht rund. Feinde greifen euch an. Da geht's los. Ach ja, der Kundschaft, ach ja, der arme Kundschaft. Eie, eie, eie. Eie, genau, von hier spawnen welche. Ja, richtig. Aber das ist ja egal. Die kommen dann halt hier rüber. Die werden dann hier alles zerlegen. Ist okay. So, die werden jetzt hier schön zermörsert. Oh, warte mal. Ach, das ist... Ah, die kommen von hier oben runter. Ah, so war dat. Jo. Okay. Ähm, schafft ihr dat, dahin zu rennen? Weiß ich nicht. So, jetzt bricht's überall los. Okay, also, die rennen hier rein. Okay. Die rennen hier. Oh, oh, hier. Da unten reinprügeln. Aber richtig schön. Hier unten reinprügeln, bitte. Da unten reinprügeln, bitte. Alles da reinballern. So, warte mal. Hier, Leibeigner direkt da drauf. Okay. Die Kanonen, die... Also, den Angriff hier, den Trupp, den haben sie zerlegt. Das ist schön. So, warte mal. Hier muss ich natürlich eingreifen. Ähm, dass sie hier ein bisschen... Hier muss ich ein bisschen Unterstützungsarbeit leisten. Das ist klar. Das ist logisch. So, wie sieht's hier aus? Kommen die hier tatsächlich rein? Ja, nur so ein bisschen. Die kommen hier nicht so wirklich krass an. Ja, aber so ein paar. Okay, die mischen jetzt natürlich ein bisschen auf hier alles. Ähm. Okay. Die sollten kein großes Problem sein. So, hier ist heftig. Hier ist auch ein bisschen heftig. Was hier kommt. Aber hier alle da. Da muss ich ein bisschen manuell reinziehen. Und da müsst ihr mithelfen, Leute. Da müsst ihr mithelfen, unterstützen. Da müsst ihr ein bisschen eingreifen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Okay, also hier habe ich ein bisschen wenig an Verteidigungsstellung gemacht. Hier ist okay. Könnt ihr bitte auf das da schießen? Ja, genau. Da schön rein. Da unten rein, bitte. Okay. Das hier sollte erstmal so funktionieren. Die hier, ja, die sind schon ein bisschen heftiger. Aber guck mal. Das hier an dem Punkt überlebt. Das ist schmaffig. Gut. Ja, Kanontürme regeln halt echt. Kanontürme können halt echt super viel verbessern. Wow. Da kommt aber noch eine ganz schöne Menge an Truppen raus. Und was kommt hier sonst noch? Ähm. Okay. Die lassen wir erstmal machen. Den fallen wir später in den Rücken. Ne, Moment. Da kommt noch eine Welle. Oh, da kommt noch eine zweite Welle. Ei, 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 ei. Da kommt noch eine zweite Welle. Ey, hier. Los. Drauf da. Drauf da. Hier. Da schießen. Da schießen. Die sind wichtig. Ähm. Hier. Zack. Auf geht's. Angreifen. Eingreifen. So. Drauf bauen. Ach, du heiliger Schrohrer. Okay. Ich muss hier Türme nachbauen. Türme nachziehen. Türme nachziehen. Dringend. Ähm. So. Auf geht's hier. Leute. Ich weiß nicht, was hier los ist. Pilgrim. Jetzt wird hier. Jetzt wird's hier. Jetzt wird's hier richtig heftig. Ich betten in eurem Reich. Okay. Ziehen wir die hier erstmal ein bisschen zurück, oder? Also, die werden erstmal alle aufgefrischt. So. Dann sollen die sich hier sammeln. Und wir bauen hier noch ein bisschen was. Okay. So. Schießt da nochmal drauf. Schön da oben rein. Genau. Wo viele Leute unten stehen. Wunderbar. Oh, Weyer. Oh, Weyer. Die haben das hier aber ziemlich zerlegt jetzt. Oh. Gottes Willen. Warum sind das immer noch so viele? Ich hab getan, was ihr wolltet. Oh. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Wie viele Leute sind... Wie viele Truppen sind denn das hier? Ey. Alter. Guckt euch die am Meer an. Das kann ich ja komplett vergessen hier. Okay. Das wird immer noch nichts. Hier. Türme bitte nach da schießen. Bitte nach da. Die Nahkämpfer sind jetzt erstmal völlig egal. Okay. Kommt. Hier. Wir brauchen mehr. Mehr Schützen. Alter. Zwei riesige Wellen. Schön, dass da... Dass ich dachte, es kommt nur eine Welle. Es kommen einfach zwei riesige Wellen. Okay. Ähm. Okay. Wir müssen uns hier verteidigen. Ähm. Zack. Baut hier. Türmchen. Heddish. Äh. Ich meine, es ist nicht so viel. Ähm. Es ist nicht so viel, was da kommt. Das kann man hier verteidigen wahrscheinlich irgendwie. Okay. Die hier sind... Wir müssen nur die Kanonen hier schnell noch kaputt machen. Dann ist das eigentlich schon okay hier. Wir sind auf einem Stoß. Ähm. Sie greifen. Da angreifen, bitte. Okay. So, bitte. Einfach angreifen hier. Einfach eingreifen. Hier muss angegriffen werden. Bitte. Was? Ach ja, hier. Ja. Ja, 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 ja. Ja, okay. Ich hab's kapiert. Alles gut. Oh nein. Wie konnten wir das nur zulassen? Okay. Also, die 20... Die Kanonentürme da... Ich dachte echt, die werden hier gut geschützt. Die Kanonentürme reichen offenbar nicht. Da muss ich mehr bauen. Okay. Wir beenden hier die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal laden wir wieder neu rein. Und werden die Verteidigung noch ein bisschen verstärken. Ähm. Und, ja. Aber ansonsten lief's doch schon deutlich besser. Ah, ey. Krass. Da kommen ja zwei so riesige Wellen an. Puh. Wahrscheinlich werden wir auf schwer spielen. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Ciao.